Na, komm her. Schau rein. Wie viele Haare habt ihr eigentlich? Ja, ihr habt echt viele Haare. Ja, wir haben ja jetzt noch 400. Okay. Wahnsinn. 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 Ostern bei den Hühnern. Ostern bei den Hühnern. Kopfzer Bellen auf den Hühnern. Jetzt sind wir heute etwas war Lötige... Kont veel Vergnügen bei den Hühnern.